Herr Schober, Außenminister Schallenberg, Integrationsministerin Raab und Innenminister Nehammer. Herr Gesundheitsminister, bitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir möchten Sie sehr, sehr herzlich begrüßen. Sie wissen, wir sind derzeit, was Corona betrifft, in Phase 3. Phase 1 war die Phase, wo wir die schweren, starken, kräftigen Maßnahmen realisiert haben und diese exponentielle Kurve, Sie erinnern sich, Mitte März, Steigerungen von 30, 40, 50 % täglich runtergekriegt haben, abgeflacht haben, Phase 2, ab 14. April, die Phase der Öffnungen der Schrittweisen, alle zwei Wochen ein sehr gut kontrollierter, gesicherter Öffnungsschritt, gute Nachricht bis zum heutigen Tag, aus diesen Öffnungen heraus keine wesentlichen Zuwächse, was die Infektionszahlen betrifft, in diesen Bereichen, die von den Öffnungen betroffen waren. Und jetzt sind wir in der Phase 3, in dieser Phase der Stabilisierung, in der Phase, wo es von Zeit zu Zeit anzunehmen war, dass es eine Sinuskurve gibt, dass es teilweise Erhöhungen gibt, teilweise regionale Ausbrüche gibt. Das war zu erwarten, aber für uns ist entscheidend, in dieser Phase höchst aufmerksam zu sein. Überall dort, wo wir sehen, es bewegt sich etwas, das sind Ursachen für Zunahmen, für Neuinfektionen mit höchster Konzentration und auch Konsequenz sofort zu reagieren und es nicht zuzulassen, dass aus einer Sinuskurve eine exponentielle Entwicklung wieder wird. Das ist der Hintergrund unseres Handelns und unseres Tunns. Die schlechte Nachricht des heutigen Tages ist die, dass wir doch deutliche Zuwächse in den letzten 24 Stunden bei den Infektionszahlen in Österreich hatten und haben. Diese Zuwächse der Infektionszahlen sind so, dass wir in den letzten 24 Stunden 107 Neuinfektionen hatten. Wir sind damit erstmals seit vielen Wochen wieder dreistellig. Das ist schon eine besorgniserregende Situation, die wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Wie setzen sich diese Zahlen zusammen? Diesen 107 Neuinfektionen stehen heute 13 Neugeniesene gegenüber. Das heißt, wir sind insgesamt bei 677 aktiv Erkrankten. Das ist ein Plus von 0,6 Prozent. Ein Plus von 0,6 Prozent, das wir uns aber differenziert immer nach Regionen ansehen müssen. Und da merken wir heute, dass es einen wirklichen Fokus gibt und der heißt heute Oberösterreich. Ein regionaler Fokus mit doch sehr deutlichen Zuwächsen, mit einem Plus von 2,48 in den letzten Prozent, in den letzten 24 Stunden. Und das hat offensichtlich seine Ursache im Bereich eines Glas, dass das schon vor Tagen festgestellt wurde, wo aber jetzt klarer wird, dass es mehr Betroffene gibt, im Umfeld einer Freikirche. Das Land Oberösterreich, mit dem wir laufend Kontakt haben, natürlich in diesem Zusammenhang, hat sich heute Vormittag dazu entschieden, sehr, sehr konsequente Maßnahmen zu setzen, die von uns zu 100 Prozent mitgetragen werden, werden heute Mittag in wenigen Momenten auch publiziert, um halb zwölf. Und es wird hier sehr rigoros vorgegangen und Oberösterreich hat da unsere hundertprozentige Unterstützung bei diesem Kurs. Das heißt, regionale Cluster, solange es regionale Cluster bleiben, ist das wichtig, dass es zu keinem Bundestrend wird. Wir haben derzeit keinen Bundestrend in diese Richtung, aber die Grundvoraussetzung, dass es kein Bundestrend wird, ist eben, dass wir diese regionalen Feuer, von denen wir immer reden, es ist kein Flächenbrand, dass wir die eindämmen und zwar mit einem schnellen, professionellen Kontaktpersonenmanagement, um hier die Eingrenzung und Abgrenzung mit aller Kraft zu realisieren. Ja, und was wir aber zweitens, und das hat jetzt nichts mit diesem genannten Cluster in Oberösterreich zu tun, bitte nicht vermischen, was wir auch merken, das ist, dass wir vermehrt in den letzten Tagen Cluster-Bildungen durch reiseassoziierte Fälle aus dem Westbalkan feststellen müssen, in mehreren Bundesländern hauptbetroffen, dabei Wien, Niederösterreich, Burgenland, die Steiermark und Kärnten. Und auch das wollen wir gemeinsam natürlich sehr, sehr ernst nehmen. Wir haben gestern deswegen einen umfassenden Arbeitsprozess zwischen den Ministerien realisiert, mit dem Ziel, hier wirksame Gegenmaßnahmen zu verwirklichen, denn ein Teil, ein wesentlicher Teil der Westbalkanstaaten hat von einem geringen Ausgangsniveau, muss man auch dazu sagen, einen durchaus problematischen Trend in Richtung Zuwächse zu verzeichnen. Ich zeige Ihnen ganz kurz die Neuerkrankten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Vergleichszahl für Österreich liegt bei vier, also deutlich, deutlich geringer. Und fixieren Sie sich jetzt nicht auf die Detailzahl, da kann es Schwankungen geben, das kommt immer auf die Quelle darauf an. Entscheidend ist der Trend, es geht in den letzten Tagen deutlich nach oben und das haben wir sofort analysiert und daraus ziehen wir heute die Konsequenzen mit sehr konkreten Maßnahmen im Bereich der Community selbst, die betroffen ist. Wir haben ja viele, viele, viele Pendler und Pendlerinnen, die zwischen den Westbalkanstaaten und Österreich hin und her pendeln, vielfach mit dem Bus. Wir werden deswegen auch in diesen Bussen und mit den Transportunternehmen Maßnahmen setzen. Wir werden Reisewarnungen realisieren und wir werden die Kontrolle verstärken und in diesem Sinn gebe ich gleich zum Außenminister weiter. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben immer gesagt, dass wir die Reisebeschränkungen zum Schutz der Bevölkerung so kurz wie möglich, aber so lange wie notwendig aufrechterhalten werden. Wir konnten in den letzten Tagen und Wochen gemeinsam die Einreisebeschränkungen, die Covid-bedingten Begrenzungen einer Grenze für 32 europäische Staaten aufheben. Weiterhin ausgenommen sind davon Großbritannien, Schweden und Portugal. Die Zahlen, die wir aus diesen Staaten bekommen, lassen es weiterhin nicht zu, dass wir hier die Grenzkontrollen aufheben können. Wir haben auch noch weiterhin partielle Reisewarnungen für den deutschen Landkreis Gütersloh und für die Lombardei, die in Kraft sind. Wir beobachten die Lage natürlich sehr genau und werden auch weiterhin natürlich Öffnungsschritte setzen, sobald es die Situation zulässt. Aber man muss eines sich ganz im Klaren sein. Was die Reisefreiheit betrifft, sind wir noch meilenweit von jeglicher Normalität entfernt. Das gilt auch und insbesondere für das Reisen außerhalb der Europäischen Union. Für uns natürlich als Österreich würde hier besonders im Fokus stehen, der Westbalkan. Eine unmittelbare Nachbarschaft, mit der wir sehr eng politisch, wirtschaftlich, menschlich und kulturell verbunden sind. Und wir hätten gehofft, dass wir hier Öffnungsschritte setzen können. Das ist leider nicht der Fall. In einigen Ländern des Westbalkans hat sich die Situation, wie auch gerade vom Gesundheitsminister dargestellt, auch noch verschärft. Und daher muss ich hier und heute ankündigen, dass mit sofortiger Wirkung für alle sechs Staaten des Westbalkans die höchste Reisewarnung gilt. Wir reagieren damit, wie auch schon dargestellt, auch auf den Umstand, nicht nur auf die Situation vor Ort, sondern dass wir zum Beispiel unseren Nachbarstaaten Kroatien und Slowenien eine Zunahme von Clusters beobachten können, von Personen, die zurückkehren von ihren Reisen am Westbalkan. Und wir haben solche Fälle ja auch schon in Österreich beobachten müssen. Ich bin mir sehr bewusst, dass das keine leichte Entscheidung ist und dass das für viele Menschen in diesem Land auch eine schmerzhafte Entscheidung ist. Sie haben Familie, Sie haben Freunde am Balkan. Ich habe vorher schon gesagt, wie eng menschlich wir auch verbunden sind. Und diese Familie, diese Freunde haben Sie seit Monaten nicht gesehen. Ich habe da vollstes Verständnis dafür. Aber wir müssen uns einer Sache ganz klar sein. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und unsere Situation in Europa gleich derzeit einer sehr fragilen Porzellankiste. Und das gilt ganz besonders natürlich für das Reisen außerhalb der EU in diesem Sommer. Wir müssen alles tun in unserer Macht, um eine zweite Welle zu verhindern. Das ist im Interesse von uns allen. Denn die Pandemie konnte uns auch nie von unseren Partnern am Balkan trennen. Wir haben immer wieder Hilfe angeboten. Das war auch meine erste Auslandsreise gemeinsam mit der Bundesministerin Edstadler. Das sind unsere engsten Partner außerhalb der EU. Aber es ist niemand geholfen, weder Ihnen noch uns, wenn wir einer zweiten Welle gegenüberstehen. Wir schlagen hier einen Weg ein, den auch andere Nachbarstaaten einschlagen. Slowenien hat zum Beispiel fünf von sechs der Balkanstaaten auf die rote Liste gesetzt. Also hier sind wir durchaus in einer vergleichbaren Maßnahme unterwegs. Vielleicht lassen wir noch kurz auf etwas eingehen, was gestern in Brüssel geschehen ist, nämlich die Ratsempfehlung, die Empfehlung der Europäischen Union zur Öffnung gegenüber Drittstaaten. Gestern hat der Rat eine Empfehlung vorgelegt, dass man 15 Drittstaaten gegenüber öffnen könnte. Das ist ganz offen eine Empfehlung und für uns ist der Ausgangspunkt unserer Prüfungen. Aber bis auf Weiteres bleibt der Einreisestopp für Drittstaatsangehörige in Österreich aufrecht. Auch hier sind wir eigentlich durchaus im Mainstream Europas unterwegs. Die Italiener setzen auch noch nicht Schritte. Auch die Schweiz zögert noch. Finnland will überhaupt gegenüber EU-Staatsbürgern erst in einigen Wochen öffnen. Also die reden noch gar nicht über Drittstaatsbürger. Also da sind wir eigentlich durchaus im Mainstream unterwegs. Wichtig ist, wir werden Schritte setzen, sobald sie möglich sind, aber wir müssen Vorsicht walten lassen. Ich habe es immer wieder wiederholt, auch in diesem Raum global gesehen befinden wir uns noch mitten in dieser Pandemie. Gerade am Sonntag hat die WHO, die Gesundheitsorganisation der UNO, wieder einen Höchstwert vermeldet, einen Negativrekord mit 190.000 neuen Fällen. Das sollte uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir auch, wenn wir subjektiv in Österreich dieses Gefühl haben, wir haben es geschafft, wir sind endlich über dem Berg, wir sind es schlicht und ergreifend noch nicht. Und dieser Sommer wird kein normaler Sommer sein. Es gilt auch weiterhin, dass das Außenministerium vor Reisen abdreht, dringend ins Ausland und dass wir den gesamten restlichen Planeten weiterhin als mit einem hohen Sicherheitsrisiko versehen empfinden. Danke sehr. Frau Integrationsministerin, bitte. Sehr verehrte Damen und Herren, in Österreich haben mehr als zwei Millionen Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, zwei Millionen Menschen haben ihre Wurzeln im Ausland. Und hiervon haben mehr als 530.000 Menschen, die in Österreich leben, einen Background aus dem ehemaligen Jugoslawien und fast 283.000 Menschen haben ihre Wurzeln auch in der Türkei. Und diese Menschen nehmen natürlich nicht nur ihre Wurzeln hier im Ausland, sondern sie haben vielfach noch Familie, Freunde, Bekannte auch in diesen Ländern und fahren auch im Sommer häufig auf Urlaub in diese Länder, um ihre Familien und Bekannten wiederzusehen. Und 2020 ist natürlich in jeglicher Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr, auch was jetzt die Sommer- und Urlaubsplanung betrifft. Denn, wie der Gesundheitsminister bereits gesagt hat, sind wir Österreich weiter auf einem guten Weg, was das Coronavirus betrifft. Und wir müssen jetzt alles tun, damit wir keine weitere Infektionswelle in Österreich haben. Und wie der Außenminister bereits ausgeführt hat, verzeichnen wir nun auch in den Ländern des Westbalkans einen höheren Anstieg an Infektionszahlen betreffend des Coronavirus. Und auch was die Türkei betrifft, haben wir weiterhin die ausdrückliche Reisewarnung in die Türkei zu fahren. Warum? Weil natürlich die Gefahr besteht, dass das Virus durch die Urlaubsreisen, durch die Reisen im Sommer, wenn man wieder zurückkommt nach Österreich, dann auch wieder in unser Land getragen wird. Experten warnen uns hier vor der zweiten Krankheitswelle und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Wir haben im Integrationsministerium während der ersten Phase der Corona-Krise die Erfahrung gemacht, dass es teilweise schwierig war, gewisse Communities, gewisse Herkunftsgruppen, die in Österreich leben, mit unseren Informationen zu erreichen. Das ist vielfach erst zeitverzögert passiert, dass die Informationen der Bundesregierung an die Communities, in den Communities angekommen sind, schlicht wird, weil vielfach nicht die üblichen Informationskanäle dort auch verwendet werden. Wir haben daher aufgrund der neuen Situation auch das Vorhaben, dass wir jetzt eine weitere Informationskampagne starten, eine Informationskampagne für Menschen mit Migrationshintergrund, insbesondere aus diesen Ländern, also die Wurzeln haben in den Ländern des Westbalkans und auch der Türkei, wo wir über die Reisewarnungen, die Vorgaben und die Hygienevorschriften auch informieren werden. Wir werden darüber informieren, dass zum einen die Urlaubsreisen in eines dieser Länder unbedingt unterlassen werden sollen und wenn Reisen nicht vermeidbar sind, dann ist man verpflichtet, nach der Rückkehr nach Österreich eine 40-tägige Quarantäne zu machen und einzuhalten oder eben einen negativen Corona-Test zu machen, der nicht sein darf als vier Tage. Diese Vorgaben werden dann auch streng kontrolliert und bei Verstößen gibt es auch Strafen. Darüber werden wir alle Menschen, die auch einen Migrationshintergrund haben, auf Deutsch, aber auch in unterschiedlichen Sprachen informieren. Und zudem gilt natürlich, die Drittstaatsangehörigen dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen auch nach Österreich einreisen. Die Informationskampagne wird auch wie die erste Informationskampagne während des Lockdowns durch den Österreichischen Integrationsfonds umgesetzt werden. Wir werden dazu verschiedene Mittel wählen. Zum einen werden wir über Newsletter all unsere Multiplikatorenkontakte wie soziale Dienste, Behörde, die Vereine in den Communities, die Polizeidienststellen, einfach viele Organisationen, mit denen wir ein breites Netzwerk in die Communities haben, versendet. Und wir haben ja auch neun Integrationszentren in Österreich und dort finden Beratungen statt. Dort finden auch schon wieder Kurse statt. Natürlich unter Sicherheitsvorkehrungen und in diesen Integrationszentren werden auch unsere Beraterinnen und Berater über die aktuellen Informationen beraten und die Zuwanderinnen und Zuwanderer informieren. Auch die Verbreitung der Informationen über die sozialen Medien hat sich als sehr nützlich erwiesen und wichtig ist uns, die Zusammenarbeit auch mit Medien, die speziell von Menschen mit Migrationshintergrund konsumiert werden. Mein abschließender Appell richtet sich auch als Integrationsministerin an alle Menschen mit Migrationshintergrund mit einem Background aus den Ländern des Westbalkans und auch aus der Türkei. Nehmen Sie die Reisewarnung des Außenministeriums sehr ernst. Halten Sie sich daran, auch wenn es schwer fallen mag. Ich verstehe, dass die Situation vielfach nicht einfach ist. Ich verstehe, dass da viele Menschen auch ihre Familien, ihre Freunde, ihre Bekannten schon lange nicht mehr gesehen haben, dass man die besuchen möchte. Ich verstehe auch, dass man den wohlverdienten Sommerurlaub gerne wie gehabt verbringen möchte. Aber wie gesagt, 2020 ist ein Ausnahmejahr. Wir befinden uns noch in einer weltweiten Pandemie und das heißt auch, dass wir natürlich Einschränkungen auf uns nehmen müssen. Wir müssen hier, wir sind hier alle angehalten, dass wir uns an die Vorgaben halten. Wir werden, wie wir es auch bisher gemacht haben, umfassend informieren. Aber wir müssen einfach alles tun, um unsere eigene Gesundheit, die Gesundheit unserer Familien, die Gesundheit unserer Mitmenschen zu schützen und auch unser Land zu schützen. Und vielleicht auch zum Schluss noch ein Gedanke, überlegen Sie, ob Sie in diesem Jahr 2020 nicht einfach Ihren Urlaub in Österreich verbringen möchten. Österreich hat so unglaublich schöne Plätze und so wahnsinnig viel zu bieten. Helfen wir einfach zusammen, damit es in Österreich zu keiner zweiten Welle kommt. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Innenminister, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wie stellt sich nun die Situation für das Innenministerium bzw. für die Polizei da? Der Gesundheitsminister hat zwei Sorgenfälle angesprochen. Der eine Sorgenfall, die regionalen Cluster jetzt in Oberösterreich, wo auch hier die Polizei den Gesundheitsbehörden assistiert. Sie unterstützt bei ihrer Tätigkeit, gerade wenn es darum geht, Quarantänemaßnahmen zu überwachen, aber auch, so wie es jetzt bei der Stadt Linz der Fall ist, auch dort, wo gespürt wird, dass es notwendig ist, der staatlichen Autorität den Gesundheitsbehörden zum Erfolg zu verhelfen. Auch da die Polizei auch herangezogen wird, um eben zum Beispiel Bescheide etc. zuzustellen, damit die Ernsthaftigkeit der Maßnahmen auch sichtbar ist für diejenigen, die sich dann an diese Maßnahmen halten müssen. Und auf der anderen Seite haben wir gehört einfach, dass Österreich, die Menschen, die in Österreich leben, verschiedene Herkünfte haben, verschiedene Wurzeln haben, gerade auch in den Raum des Westbalkans. Und wir auch eben wissen, dass es da eine große Besuchstätigkeit jetzt, wie vom Außenminister angesprochen, gibt nach den Ausgangsbeschränkungen. Das große Risiko bei der Rückkehr kann unter Umständen auch das Coronavirus im Gepäck sein. Das heißt, wir werden an den Grenzen intensiv kontrollieren. Sie wissen, wir haben an der Grenze von Österreich zu Slowenien ohnehin die Migrationskontrollen. Die werden wieder durch die Gesundheitsbehörden verstärkt werden, genauso wie wir 1.500 Polizistinnen und Polizisten der Grenzschutzpolizei hinzuziehen werden, um eben auch durch im Hinterland stattfindende Schleierfahndungen, sogenannte Ausgleichsmaßnahmen, auch hier den Kontrolldruck zu erhöhen, damit die Menschen das Bewusstsein haben, dass es hier nicht um irgendeine leichtfertige Anordnung geht, sondern dass es uns ernst ist in dem Bestreben, das Virus weiter einzudämmen, die Infektionsketten zu durchbrechen und hier aus polizeilicher Sicht die Gesundheitsbehörden bestmöglich unterstützen. Und wir müssen auch darauf hinweisen, dass das kein Kavaliersdelikt ist, wenn man ohne gültigen Coronavirus-Test einreist, das heißt, wenn er negativ ist und wenn man die Isolierungsmaßnahmen, sprich die Quarantänemaßnahmen durchbricht. Es drohen da Strafen bis zu 1.450 Euro. Und es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass das nicht irgendwie eine Art Schikane der Gesundheitsbehörden oder der Republik an sich sind als Bundesregierung, sondern dass wir danach trachten, alles dafür zu tun, dass die zweite Welle, wenn sie denn kommen sollte, kein epidemiologischer Tsunami wird. Genau darauf kommt es jetzt an. Das braucht das Zusammenwirken aller Kräfte. Es braucht das Bewusstsein, dass wir stetig die Zahlen unter Beobachtung halten müssen, dass wir schnell reagieren, so wie die Gesundheitsbehörden jetzt in Oberösterreich, aber dass wir eben auch darauf reagieren, wenn wir sehen, dass es zu einem neuen Infektionsrisiko kommt durch die hohe Besuchstätigkeit in die Westbalkanstaaten. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt Fragen. Buchmüller, Puls24. Jetzt hat zum Beispiel Kroatien beschlossen, die Grenze zu Bosnien weiter offen zu lassen. Das heißt, da gibt es trotzdem noch diese Bewegungen. Überlegen Sie dann zu Kroatien auch Maßnahmen zu setzen? Ganz offen. Natürlich beobachten wir die Situation in jedem einzelnen Land. Und es, wie ich immer gesagt habe, geht es ja nicht nur um einen Kennwert, was die Covid-19-Verbreitung betrifft, so eine allgemeine Sicherheitssituation. Derzeit haben wir es nicht vor. Die Empfehlung, die wir ganz deutlich aussprechen, ist, dass Menschen, die in Österreich leben, an die österreichischen Staatsbürger, dass man nicht in den Westbalkan fahren soll. Aber wir haben ja gerade auch gehört, dass zum Beispiel Slowenien sich überlegt, die Grenzen zu schließen. Das ist also gar nicht gesichert, auch unabhängig von den Maßnahmen, die Österreich trifft, ob man durch die Staaten, die dazwischen liegen, dann überhaupt durchkommt. Also noch einmal die dringende Empfehlung, sich das zweimal zu überlegen. Und wir haben auch gerade den Innenminister gehört, wenn man diese Reise dann doch antreten muss, zum Beispiel, dann bitte Quarantäne und negativen Covid-Test. Kein Kavaliersdelikt. Vielen Dank. Bitte. Ja, Herr Gesundheitsminister, Sie haben den Cluster in Linz erwähnt. Werden Sie jetzt, also auf dem ja die meisten der neuen Funktionen zurückzuführen sind, werden Sie jetzt Oberösterreich empfehlen, eben regionale Einschränkungen einzuführen und eben einige der Lockerungsschritte, die jetzt mit heute auch in Kraft treten, wieder zurückzunehmen? Und an den Herrn Innenminister und die Frau Integrationsministerin, Sie wurden ja unter Polizeischutz gestellt vergangene Nacht. Aufgrund welcher Bedrohungslage und ja, erwarten Sie jetzt deeskalierende Worte von türkischer Seite? Ja, dann darf ich kurz beginnen. Vielleicht der Vorspann ist mir persönlich wichtig. All unser Tun geht in die Richtung, dass wir mit aller Kraft diese zweite Welle verhindern. Dass wir das nicht zunichte machen, was wir uns sehr mühsam in den letzten Monaten gemeinsam in diesem Land erarbeitet haben, wo die Bevölkerung einen großartigen Anteil daran hat. Und es gibt aus meiner Sicht drei Voraussetzungen, dass wir diese zweite Welle verhindern können. Und ich bin optimistisch, wenn wir diese drei Punkte verwirklichen, dass wir das tun können. Und das erste und wichtigste ist, dass wir uns als Bundesregierung committed haben und entschieden haben dazu, dass immer dann, wenn es einen Ausbruch gibt, dass wir sehr, sehr konsequent und sehr schnell darauf reagieren, gemeinsam mit den regionalen Behörden vor Ort. Wir haben deswegen bereits heute früh den Dialog mit Oberösterreich gehabt. Ich habe selbst auch mit Landeshauptmann Stelzer telefoniert. Und mein Eindruck ist, dass die Maßnahmen, die heute von Oberösterreich präsentiert werden in Kürze, dass die sehr konsequent, sehr klar sind und genau dem entsprechen, was unsere Absicht ist, nichts zu verschlafen, sehr konsequent, sehr schnell zu reagieren. Und ich denke, es ist ein Gebot der Höflichkeit, dass das von den oberösterreichischen Behörden in Kürze selbstständig präsentiert wird. Der zweite große Punkt, um den es geht, und da ist auch natürlich in diesem Fall Oberösterreich betroffen, das ist dieses schnelle Kontaktpersonenmanagement, diese Abgrenzung von infizierten Personen, die einen positiven Test haben. Da geht es um jede Stunde und das ist ein Wettlauf auch mit der Zeit. Und genau in diese Richtung geht ja auch dieses wiederholte Angebot des Innenministeriums, hier mitzuhelfen und mitzunterstützen. Und das dritte, und das ist wirklich mein leidenschaftlicher Appell, es geht auch um das Risikobewusstsein der Bevölkerung insgesamt. Ich habe schon den Eindruck, dass ein Teil Mitbürger und Mitbürgerinnen müde geworden sind oder eine falsche Einschätzung der Situation machen im Augenblick. Es ist nicht so, dass das Virus auf Urlaub ist. Das Virus ist unter uns. Und wir merken es an diesen Situationen der regionalen Ausbrüche, dass wir diese Grundregeln wirklich beibehalten müssen. Die Hygienemaßnahmen, die Abstandsregelung, diese konkreten Detailmaßnahmen für bestimmte Bereiche. Aber das Wichtigste, dieser Mindestabstand und die Hygieneregelungen. Mein großer Appell, passen wir jetzt auf. Jetzt ist eine sensible Phase, eine sehr wichtige Phase über den Sommer hindurch und schauen wir, dass wir mit unserem Verhalten absichern, dass das Erarbeitete auch gesichert wird. Also weder der Innenminister noch ich, wir lassen uns jetzt durch die neuen Drohungen und die neue Gefährdungseinschätzung einschüchtern. Wir werden weiterhin ganz konsequent unseren Weg gehen, keinen Millimeter zurückweichen. Wir werden weiterhin alles tun, damit wir jeglichen politischen Einfluss aus der Türkei auf Menschen mit Migrationshintergrund und Vereine, türkische Vereine hier in Österreich ausforschen und dagegen ankämpfen. Wir werden weiterhin auch gegen alle extremistischen Strömungen des politischen Islams vorgehen. Ich bin weiterhin am Vorhaben dran, auch die Dokumentationsstelle gegen den politischen Islam auf den Weg zu bringen. Alles das wird rasch passieren. Wir werden keinen Millimeter zurückweichen und lassen uns nicht einschüchtern. Die Grundlage, wann Personenschutz gewährt wird, trifft der Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz analysiert genau, wie die Bedrohungslage sich darstellt, welche Drohungen gegen die betreffenden Personen ausgesprochen werden und dann anhand einer sogenannten Gefährdungseinschätzung beurteilter Verfassungsschutz, ob Personenschutz gewährt werden muss oder nicht. Ich kann es auch für die Integrationsministerin sagen, das ist nicht angenehm. Das ist ein neues Leben auch sozusagen, das damit beginnt. Aber gleichzeitig unterstreiche ich das, was die Integrationsministerin ausgeführt hat. Wir haben die Ereignisse erlebt, wie sie im Favoriten stattgefunden haben. Wir haben gesehen, dass auf der einen Seite politisch-ethische Konflikte auf österreichischem Boden ausgetragen werden und wenn man klare Worte findet, bekommt man dann plötzlich Drohungen, die einem einschüchtern sollen, diesen Weg zu verlassen. Und das muss ganz klar sein. Niemand hier in der Bundesregierung lässt sich einschüchtern von irgendwelchen potenziellen Gewalttäterinnen oder Gewalttätern, sondern der Weg wird konsequent und klar fortgesetzt. Es gibt in Österreich keine Akzeptanz, dass das Versammlungsrecht in irgendeiner Form gefährdet ist, dass Menschen, die sich versammeln, gefährdet sind, wenn sie ihren Willen kundtun wollen. Und genauso wenig gilt das Vereinsrecht, das eines der wichtigsten Grund- und Freiheitsrechte ebenso in unserer Verfassung ist, dazu herhalten kann, dass dahinter politische, radikale, extreme Ideen ausgeheckt werden, die dann zu Gewalttaten auf den Straßen führen. Das Strafrecht ist immer der Boden des Handelns, auch wenn man dann polizeiliche Ermittlungen aufnimmt und das werden wir tun. Der Verfassungsschutz ist angewiesen, sich ganz genau die Vereinsstruktur in Österreich, gerade von türkischen und kurdischen Vereinen anzuschauen, die Gewalteskalation nachzuvollziehen. Die Behörden ermitteln in diesem Fall auf Hochdruck und seien Sie sich gewiss, wir werden unseren Weg, so wie die Integrationsministerin gesagt hat, konsequent fortsetzen. Auf der einen Seite das klare, konsequente polizeiliche Handeln, aber auf der anderen Seite auch das mindestens ebenso wichtige gesellschaftspolitische Agieren, das Zusammenholen aller Betroffenen. Die Integrationsministerin und ich werden dazu ja auch einen runden Tisch einberufen, um eben einen systemischen Ansatz zu wählen. Die Polizei ist immer ja nur dann da, um einerseits Gewalttaten zu verhindern oder wenn sie entstehen, so rasch als möglich zu beenden und die Straftäter sozusagen derer habhaft zu werden. Aber davor braucht es einen gesellschaftlichen Diskurs, einen breiten Diskurs, der geht auch hinein ins sozialpolitische an sich. Also das wird ein Maßnahmenbündel sein, das wir da brauchen, um genau solche Szenen, wie wir sie im Favoriten erlebt haben, in Zukunft zumindest einzudämmen oder zu verhindern. Dankeschön. Ich glaube, ATV hatte noch eine Frage. Angelides von ATV. Ich wollte nach einer Erklärung fragen, warum diese Zahlen in den Westbalkanländern so steigen, was ist da der Hintergrund, ist da auch mangelnde Vorsicht und Konsequenz das Thema und gleichzeitig, wann wäre wiederum der Punkt erreicht, wann die Reisewarnungen wieder aufgehoben werden könnten? Welche Perspektive kann man da vielleicht geben? Ich beginne mit dem ersten Teil. Wir sind selbstverständlich mit den Behörden vor Ort auch in Kontakt. Hintergründe wie immer sehr, sehr schwierig festzustellen. Ich kann nur sagen, dass es diesen Trend gibt, dass es diese Zahlen gibt, auf die reagieren wir. Für uns ist es wichtig, dass vor Ort eine gute Arbeit gemacht wird. Davon gehe ich aus, was die regionalen Gesundheitsbehörden betrifft. Wir wollen mit diesen eng kooperieren und das ist die Geschichte. Wir müssen einfach versuchen, dort wo sichtbar wird, dass es ein Problem auch für die österreichische Stabilität in Sachen Corona gibt, dass wir dort sehr, sehr schnell reagieren. Deswegen das Auftauchen der Zahlen. Gestern der Arbeitsprozess, heute die Umsetzung. Viel schneller und konsequenter kann man nicht reagieren. Und dasselbe wird in Oberösterreich passieren. Und das ist die Qualität des Handelns, das wir jetzt brauchen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch gute Folgen haben wird. Zur Frage des Zeitrahmens kann ich nur sagen, das was wir begonnen hatten vor einige Wochen mit dem runden Tisch, wo wir uns die Öffnungen überlegt haben gegenüber europäischen Staaten, das läuft natürlich im Hintergrund die ganze Zeit weiter. Wir haben natürlich auch diesen 14-Tage-Rhythmus, wo wir uns einfach die Zahlen anschauen, gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium. Nichts davon ist also in Stein gemeißelt und endgültig. Das ist ein Moving Target, würde man sagen. Und momentan in der jetzigen Situation müssen wir, sehen wir uns gezwungen, diese Entscheidung zu treffen, die uns auch nicht leicht gefallen ist. Und wir werden das natürlich laufend überprüfen. Und wie ich anfangs gesagt habe, wir werden sie aufrechterhalten, solange es notwendig ist. Aber sobald es möglich ist, werden wir auch gerne wieder Öffnungsschritte setzen. Herr Jentsch, bitte. Ich wollte noch beim Herrn Gesundheitsminister nachfragen. Die letzten neun, zehn Öffnungsschritte, die sind nicht schuld an den 100 Infizierten, die wir von gestern auf heute haben. Wir haben keine Hinweise, dass nach diesen zehn Öffnungsschritten in diesem jeweils geöffneten Bereich es zu massiveren Auswirkungen gekommen ist. Sondern es sind Regionalsituationen, die wir da sehen. Jetzt eben, nachdem wir Niederösterreich-Wien als Thema gehabt haben, Salzburg als Thema gehabt haben, jetzt in Oberösterreich. In all diesen Fällen haben die regionalen Behörden gut gearbeitet, gut reagiert und sehr schnell diese Eingrenzung durchgeführt. Das ist ein professionelles Vorgehen. Genau das brauchen wir. Und jetzt kommt eben die Situation dazu, dass wir merken, dass in unserer unmittelbaren Nachbarschaft mit einem intensiven Austausch, den wir haben, dass da Zahlen deutlich nach oben gehen. Und deswegen auch hier die rasche Reaktion, damit wir keine spürbaren bundesweiten Zunahmen haben. Es ist nach wie vor so, dass die Situation in Österreich auf Bundesebene stabil ist. Aber das bleibt sie nur dann, wenn wir dort, wo es zu sichtbaren Problemen, Problembereichen kommt und zu sichtbaren Clusterbildungen kommt, wenn wir dann sehr konsequent und sehr schnell reagieren. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank. Da gibt es noch eine Frage, ja? Nur an die Frau Ministerin, können Sie noch einmal skizzieren, was sind die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten sind, eben in die Communities mit diesen Informationen zu gehen? Also grundsätzlich haben wir zwei Gedanken dazu. Der eine ist, natürlich ist es vielfach auch wichtig, gerade wenn es jetzt um eine Verhinderung der nächsten Infektionswelle geht, wenn wir in einer Gesundheitskrise sind, dass wir gewisse Informationen jetzt auch mehrsprachig zur Verfügung stellen. Insbesondere für jene Menschen, die in Österreich leben, die nicht gut Deutsch sprechen. Zum Zweiten haben wir gesehen, dass in gewissen Communities eben auch nicht österreichische Medien primär konsumiert werden, sondern oft auch Medien aus dem Herkunftsland, sowohl was Zeitungen betrifft, als auch was Fernsehübertragungen betrifft. Und daher ist es wichtig, dass wir zum einen diese Kanäle nutzen, damit wir die Menschen in den Herkunfts-Communities erreichen, aber einfach auch, dass wir mit allen Multiplikatoren und Multiplikatoren, mit den Vereinen, mit den Polizeidienststellen, mit den sozialen Diensten, mit allen Behörden, die Kontakt in diese Herkunfts-Communities haben, dass wir mit denen zusammenarbeiten, um diese Informationen zielgenau an die Menschen zu bringen. Uns ist wichtig, dass natürlich jeder weiß, was die Regeln sind, damit sich auch jeder an diese Regeln halten kann. Vielen herzlichen Dank. Danke auch für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Schönen Tag noch.